Ja, okay, wenn man, ja, okay, ja, ja, okay, na klar, wenn man das rückwirkend, aber das irgendwie zu leugnen, dass das so war, finde ich, also ich gehe da voll mit. Drei, zwei, eins. So ungefähr. Ja, hochprofessionell. Du hast es nicht verlernt, professionell zu sein in deiner Abwesenheit, Tino. Ach, natürlich nicht. Supergeil. Wie geht es dir denn? Das ist die wichtigste Frage, bevor hier irgendwas geklärt wird im Brennpunkt. Ja, Alter, es ist echt richtig eklig. Ich bin jetzt positiv seit, ich gucke mal kurz auf meinen Kalender, wenn ich, ich war ja in Berlin, ne, und habe so Menschen getroffen dort. Ja, das heutige Berlin wieder, toll. Ja, ist echt so. Und hatte irgendwie, fuck, wo ist mein Kalender? Hier. Heute ist der siebte, also der achte für euch, für uns ist der siebte, ähm, siebte Mai. Und ich war quasi in Berlin vom 23. zum 24. bis zum 25. Mir ging es blendend und dann am Dienstag am 26. war ich einkaufen im Biomarkt und auf einen Schlag habe ich mich richtig scheiße gefühlt, ja. Ich war richtig, hatte auf einmal Halsschmerzen, äh, mir lief die Nase und da rief gerade irgendwie jemand an von der Arbeit, äh, weil er noch irgendwas wissen wollte. Und dann habe ich gemerkt, fuck, irgendwie geht es mir gerade scheiße, habe ich dann krank gemeldet und war aber noch negativ. Und das bis Donnerstag, bis zum 28. und dann war der erste positive Test und seitdem bin ich echt down. Und es waren so zwei, drei Tage, in denen ich richtig krasse Migräne hatte, so Kopfschmerzen, Übelkeit, ähm, konnte kaum sprechen, hatte Halsweh, Husten, Schnupfen. Also mich hat es ja voll erwischt, dass ich sogar einen RTW rufen wollte an dem einen Abend, habe es aber nicht gemacht, weil ich dachte, es wird es schon wieder. Und auch die Frau von der 116, 117, das ist halt so eine komische Hotline, die man rund um die Uhr anrufen kann, meinte, ach, sie haben eine kleine Erkältung, gehen sie morgen zum Arzt, ist schon okay, haben sie sich mal nicht so nach dem Motto. Und da habe ich gesagt, okay, super, hab dann, äh, wollte zu einem Arzt, hab es noch nicht geschafft und dann haben wir einen Test gemacht, zu Hause, also mit richtig das Ding in die Naht, ins Wissensgehirn rammen, dann war er positiv. Ja, und seitdem bin ich halt, äh, zu Hause und, und fühle mich kacke. Also Corona ist echt keine Grippe, ich hätte halt eine Grippe schon, so mit, mit 12, 11 oder so, das war was ganz anderes. War auch eklig, aber ich habe das Gefühl, dass, dass, auch wenn es vielleicht nur Omikron bei mir ist, weil ich habe keinen Geschmacksverlust, dass es halt trotzdem richtig räudig ist, dieses Gefühl. Und trotzdem schleifst du dich hier in den Podcast. Ja, sorry, Leute. Auf dem Zahnfleisch, das ist großartig, was du für Opfer bringst. Ja, so heute ist ein bisschen ASMR für euch, also ich werde dann immer noch husten zwischendurch. Wir gucken, wie lange wir es durchziehen können, ob es vielleicht doch keine ganze Stunde wird oder vielleicht auch doch. Und ich versuche auch, so ein paar Husten an Fälle vielleicht rauszuschneiden. Dass es nicht ganz so unangenehm für euch wird. Mal schauen. Wen es triggert und Angst hat sich anzustecken über den Podcast, kann er jetzt abschalten. Ja, Triggerwarnung sowieso, können wir hier nochmal aussprechen. Vielleicht, apropos sprechen, vielleicht mache ich auch einfach ein bisschen mehr oder so, wenn du gerade den Reizhusten spürst. Das kannst du natürlich sagen. Oder wenn es gar nicht mehr geht. Aber ich bin erst mal froh, dass es auf dem Weg der Besserung ist, Tino. Danke, danke. Wie geht es dir eigentlich? Ja, also wir sind ja hier im Brennpunkt. Wir haben ja hier angefangen mit Realtalk und so. Also ich sage es, wie es ist. Meine Mutter hat diese Woche auch mit Corona gekämpft. Und das ist die Sache, die ich eigentlich die letzten zwei Jahre nicht wollte. Und noch mehr wollte ich halt nicht, dass ich derjenige bin, der sie ansteckt. Das war ich zum Glück nicht. Aber das ist schon eine Sache, die mich auf jeden Fall die Woche sehr beschäftigt hat. Und ja, also das ist auch so, also im Stream dann so happy-go-lucky machen, das geht dann irgendwie so auf Knopfdruck. Aber trotzdem hat man das die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf. Weil sie halt auch nicht mehr die Jüngste ist. Und ja, schwierig. Das kann ich voll nachvollziehen, weil meine Eltern hatten das ja auch Corona damals, auch die Delta-Variante. An Weihnachten vor allem. Und da habe ich dann bei meinem Partner quasi bei der Familie Weihnachten gefeiert, weil ich hatte es halt nicht gehabt. Und es war auch so ein bisschen, naja, irgendwie ist gerade Weihnachten irgendwie schöne Zeit, geiles Essen und Geschenke. Aber meine Family ist jetzt halt zu Hause, halt übelst Corona. Meine Mama hat es auch ganz schlimm erwischt, der hatte ja auch richtig schlimme Symptome und auch Long-Covid und so weiter. Oder mein Opa auch vor ein paar Wochen, der dann auch im Krankenhaus war. Und da ist man auch so auf Arbeit und denkt sich, ja geil, jetzt musst du irgendwie hier Telefonate führen und irgendwie Sex-Arbeits-Pädagogik machen. Während dein Opa gerade im Krankenhaus ist und du nicht weißt, wie es ihm geht. Also es kann einem schon richtig, richtig hart ficken, auch wenn man halt nicht selber betroffen ist. Genau. Apropos betroffen, also mittlerweile ist es halt auch echt so, dass ich fast keinen mehr kenne, der es nicht hatte. Ich bin einer davon. Oder zumindest nicht wissentlich, wenn dann halt ein super milder Verlauf. Ich war halt wirklich gar nicht krank irgendwie die letzten drei, vier Jahre. Das ist schon hart. Die Reihen lichten sich. Obwohl die Zahlen gerade relativ steil zurückgehen, sind jetzt doch noch mal viele Leute in meinem näheren Umfeld infiziert worden. Ja, bei mir auch gerade wieder alle. Ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht vor ein paar Tagen. Da waren es irgendwie 50, 50, die es hatten, die es noch nicht hatten. Das ist dann schon eine relativ hohe Zahl, ne? Eigentlich müsste es, ich glaube deutschlandweit, wie viel sind es? Ein Viertel maximal, oder? Weiß ich gerade nicht. Ich warte, ich gucke mal kurz. Aber ja, das war auf jeden Fall ein guter Cold Open, ne? Ja. Meine Mutter geht es wieder ein bisschen besser und ich hoffe, das bleibt so. Damit ist dieses Thema vielleicht abgeschlossen. Was haben wir denn hier? 25 Millionen. Also es ist mehr als ein Viertel, die es hatten bis jetzt. Beziehungsweise, ich weiß natürlich nicht, da zählen wahrscheinlich doppelte Fälle mit rein. Und Anissa hat es ja zum Beispiel schon dreimal. Was? Fuck. Krass. Ja, Schule halt, ne? Alles Siff. Das ist ja auch die Frage so ein bisschen, wenn du Sparemals hast, weil es gibt ja auch diese Long-Covid-Symptome und dass dein Gehirn ja angeblich auch irgendwie an Kapazität verlieren soll und so. Was das für Menschen bedeutet, die das dreimal haben? Ja, also wenn ich meinen gestrigen 10 Stunden Roblox-Film mit Sarah-Chan überprüfe und den IQ-Test, den ich da gemacht habe, habe ich wohl auch Long-Covid. Das war echt richtig finster teilweise. Also ja, selbst Mathe-Aufgaben. Ganz, ganz finster. Ich kenne ja auch Leute, die das hatten, also die Corona hatten und irgendwie langefristig ein halbes Jahr so richtig erschöpft waren beim Treppensteigen, die vergesslich geworden sind. Und so, ich weiß nicht, dafür habe ich ein bisschen mehr Angst, als bei den Symptomen jetzt gerade, dass man irgendwie noch ewig lang zu kämpfen hat mit irgendwelchen Kleinigkeiten, die einen so im Alltag völlig rausbringen. Ja, wir hoffen es mal nicht. Wir drücken die Däumchen. Ja. Und ich glaube, ich habe schon den passenden Titel für diese Episode. Und das wird Tino Rona im Dilemmansland. Ja, perfekt. Schön. So, hast du es mitbekommen. Du bist doch Hardcore-Ultra von, ach so übrigens, ja, ja, ein saftiges Aloha von der Datenbahn, Auto, wir sind Brennpunkt-Internet, Triggerwarnung, Hals, Maul, so. Mit Corona und Ronina. Genau. Ich habe auch ein Hashtag mir aufgeschrieben und zwar Hashtag Kliemanns-Katastrophe. Ginge auch, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall so, wenn wir hier namensgebend das Internet und seine Brandherde besprechen, auf jeden Fall das größte Ding gewesen. Ich meine, es gibt Kriege und andere Dinge, aber in Deutschland war auf jeden Fall das Thema Nummer eins die letzten zwei Tage. Und es ist auch schon echt hart, ne? Du hast es wahrscheinlich komplett gesehen, den Magazinbeitrag. Ja, ich habe mich auch ein bisschen befasst schon im Vorfeld mit Kliemann, weil ich ja auch fest und flauschig höre und diese Doku gesehen habe von Olli Schulz und Kliemann über ihr... Das hat mir Basti auch mal empfohlen. Ja, es ist eine voll gute Serie tatsächlich. Das Hausboot auf Netflix. Ja, jetzt machst du Werbung für diesen Typ, der about to be cancelled ist. Toll, toll Kino. Ja, also... Kino. Gott, Alter. Warum heißt du eigentlich Kino? Das ist ja richtig gut. Der hat ja nicht nur Scheiße gebaut, der hat ja vorher auch irgendwie coole Projekte gemacht und eben dieses Hausboot gekauft mit Olli Schulz und das hergerichtet und so weiter. Er ist YouTuber, baut irgendwelche Sachen auf YouTube und ist Unternehmer und so und galt immer so als Tausendsasser und Vielfachtalent und war übelst beliebt und ein bisschen verpeilt und sympathisch. Und ich habe beim Freundeskreis auch Menschen, die ihm schon immer kritisch gegenüberstanden. Die meinten, naja, irgendwie ist das schon seltsam, dass er bei seinem Kliemannsland da irgendwie Menschen kostenlos für sich arbeiten lässt. Das ist schon ein bisschen länger bekannt. Aber jetzt durch diesen Beitrag von Böhmermann kam halt irgendwie noch mehr zu Tageslicht, weil Kliemann wohl 2020 schon Masken im Großen, also Mund-Nazisch-Schutzbedeckung produziert hat. Angeblich aus Portugal, aus der EU und so weiter. Und jetzt kam wohl raus, dass sie aus Bangladesch kommen in Wirklichkeit und sie noch versucht haben, das zu verschleiern. Also er und seinen Geschäftspartner, die haben wohl auch auf den Kisten, wo drauf stand, irgendwie Bangladesch. Die sollen neutral sein, die Kisten. Sollten neutral gehalten sein, dass man es halt nicht sieht. Und so wurden halt Kunden und Großkunden betrogen. Und es wurde halt irgendwie jetzt belegt durch Chat-Verläufe, durch irgendwelche Insider, die Sachen fotografiert und ausgedruckt haben. Ja. Und das Schlimmste war, was ich noch richtig krass fand. Ja, das ist alles, was ich gerade einhaken wollte. Das ist alles so, ich denke mir halt so 25 Minuten lang, okay, ja gut, ich fand ihn jetzt auch nie sympathisch irgendwie. Und eigentlich war es mir auch egal, halt irgend so ein Typ, der sich seine Michael-Jackson-Neverland-Ranch da aufbaut. Und darüber hinaus irgendwie kein Bezug, kein Plan. Das war alles irgendwie so, ja, ist halt nicht der Geilste. Und dann kommt halt die Bombe so irgendwie, ne? Ja, auf einmal, ja, stimmt. Ja, das kannst du ja gerne jetzt weiter erklären. Hast du noch geschaut, den Beitrag? Ja, ja. Und dann war es noch so, dass wohl die ersten, ich glaube 1.000 waren, so 10.000 Stück, waren wohl irgendwie defekt. 100.000 tatsächlich. 100.000 krass. 100.000, ja. Waren wohl defekt, beziehungsweise falsch produziert. Was bedeutet, dass die nur eine Schicht hatten zum Beispiel, also so richtig dünn? Also wirklich nur so, gefühlt wie so ein Taschentuch, was man so halbiert, sahen die aus, was ich da gesehen habe. Also Klima behauptet, dass die nur die falsche Größe hatten. Ja, aber man hat Fotos jetzt gesehen. Genau, und diese wurden wohl zu ganz großen Teilen an Flüchtlinge gespendet. Und damit haben sich dann Klima und sein Geschäftspartner gebrüstet, dass sie ja voll die coolen Leute sind. Und das ist so die ersten 100.000 oder 50.000 an Flüchtlinge spenden und haben sich dafür voll gefeiert. Jetzt kam halt raus, dass die halt defekt waren und nicht richtig waren. Das ist richtig eklig, dann irgendwie an die Schwächsten der Gesellschaften auch solche Sachen zu verscherbeln, damit sie die nicht vernichten müssen wahrscheinlich. Da gab es dieses Statement von wegen, Krise kann auch geil sein von Klima. Das ist jetzt der Satz, den man überall sieht. Ja. Genau, und da gab es wohl auch dann schon vor der Sendung ein Statement von Klima, weil das ZDF Magazine Royal ja natürlich auch die Leute vorher befragt und ihre Meinung sich einholt und das in ihre Recherchen einfließen lässt. Und da hat es wohl, also Klima hat es dann nicht schriftlich beantwortet, sondern hat das dann irgendwie als Instagram-Video gemacht und dann so ein bisschen versucht zu retten und zu erklären. Aber dann hast du im richtigen Beitrag gesehen, dass Klima viel vertuscht hat und immer so tut, als wäre er verpeilt, aber eigentlich voll in dem ganzen Prozess drin war und eigentlich alles gewusst hat. Ja, es ist auch richtig geil, wie schlecht das gealtert ist. Also der hat irgendwie das, wie du sagst, aufgegriffen und so, ja, hier, und behauptet halt weiterhin diese falschen Sachen. Oh, warte mal, hier ist ein neues Stuntman vor 17 Stunden. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich möchte mich für einiges entschuldigen und anderes dringend richtig stellen. Das habe ich auch gesehen gestern Nacht noch vor dem Schlafen gehen. Leider hat sich auch entschuldigt an vielen Punkten und sagte, auch, dass seine Chat-Verläufe nicht in Ordnung waren. Das waren halt so private Chats und so weiter und da hat er sich einen Ton vergriffen und behauptet halt, dass die Masken nicht defekt waren. Die waren nur ein bisschen so groß und die Masken, die er vertickt hätte, die waren nur aus Portugal und er hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, mit Bangladesch und so weiter, wusste das nicht so richtig. Und die Großkunden wurden zum Teil beliefert mit Bangladesch-Masken. Aber hätten das wohl gewusst. Die Großkunden haben jetzt schon geantwortet, dass es überhaupt nicht stimmt. Die wussten nicht, dass sie aus Bangladesch sind. Also er muss wohl auch in dem Statement jetzt nach dem Video einiges verdreht haben. Ist schon eine harte Shitshow. Viele Kommentare sind auch sehr enttäuscht von ihm. Ich habe auch eine Bekannte, die mir jetzt geschrieben hat, dass sie von ihm so enttäuscht ist, dass sie seine CDs jetzt wegschmeißt oder verschenkt und sie ist ein richtiger Fanbar. Sie sollte sich selbst wegschmeißen, dass sie die CDs überhaupt erst gekauft hat. Die generische Scheißmusik. Und es gab ja auch dieses Musikvideo von ihm, wo sich ganz viele Fans Songzeilen von ihm haben tätowieren lassen. Oh Gott. Richtig, richtig eklig. Panne. Richtig Panne, Alter. Ja, voll. Ja, das war nämlich auch mein erster Berührungspunkt wieder, nachdem ich da länger nichts gehört habe. Nämlich eine ehemalige Mitbewohnerin von mir hat übelst die Musik abgefeiert. Und ich dachte so, hä? Ich habe da natürlich auch so ein Bias erstmal, so YouTuber-Musik ist erstmal irgendwie scheiße, so. Aber ja, das ist echt nicht meins. Hätte auch von Tubo kommen können, dein Kommentar. YouTuber-Musik. YouTuber-Musik, ja. Ist so. Ich finde die Musik auch nicht so toll von dem, aber er kann schon ganz gut singen und so komponieren. Das ist schon alles okay so. Fand ich ein bisschen zu langweilig. Aber es hat halt so die Leute in das Licht führt. Und dass es jemand schafft, von Everybody's Darling zu so einem Shitposter zu werden, das musst du auch erstmal schaffen. Man hätte halt aus den 100.000 irgendwie einen Pool machen können für Leute, die, was weiß ich, Kunstausstellungen machen oder so. Weißt du, wo man Masken braucht, die aber nicht funktionieren müssen. Irgend so was. Dann hätte man trotzdem noch irgendwie das spenden können und es wäre nicht weggeschmissen. Aber nee, man muss sich jetzt hier als der große Held, ja, ich mache den Flüchtlingen hier ein besseres Leben, guckt mich an, ich bin so geil, ich reib mir die Nippel. Das ist ja ein richtig harter Huren, so ein Move einfach. Es gab ja auch noch so Spenden irgendwie von Leuten, die sich bei seiner Ferienwohnung eingemietet haben. Die können halt so einen Mindestbetrag bezahlen, damit sich die Kosten decken und noch beliebig mehr Geld zahlen. Und dieses beliebige mehr Geld wird quasi in den Spendentopf geworfen. Und es sollte dann irgendwie an die Tafel gehen, dann irgendwelche guten Projekte, die davon zum Teil gar nichts gewusst haben. Und gesagt haben, wir haben gar keine Macht über diese Gelder, also wir wissen gar nicht Bescheid, die dann die Verträge, mit denen wir gekündigt haben, die zusammenarbeiten. Und ja, das war alles richtig verworren. Also ich kann jedem nur empfehlen, dieses Video sich mal anzugucken von Magazin Royale, weil da wird er wirklich richtig von Latz genommen, der Kliemann. Ich werde jetzt demnächst meine alten, abgeranzten und zerbrochenen Skateboards in Flüchtlingsheime schicken. Aber gibt es irgendwas von dir, von dem du Angst haben könntest, dass das jemand herausfinden könnte? Gibt es irgendwas in deiner Vergangenheit? Ja, lass es mich ganz genau erklären. Jetzt und hier. Nee, also wüsste ich gerade nicht. Also ich bin ja auch immer sehr offen damit umgegangen, dass ich auf Rührmeer und so, aber halt nicht ganz so gesetzeskonform gehandelt habe und vielleicht auch das ein oder andere Fahrrad in meiner Jugend mitgenommen habe und so Geschichten. Und ja, also deswegen eigentlich, wir haben ja auch schon mal einen Hörerwunsch zu Straftaten gemacht. Ich glaube, da gestehe ich schon eine Menge. Was aber auch halt mehr so offene Geheimnisse sind. Zum einen, ich sage halt immer spaßenshalber so, das ist verjährt. Aber es ist halt erstens faktisch verjährt. Zumindest vieles davon. Ich meine, ich habe keinen ermordet oder so. Und zum anderen sind es halt auch Dinge, die ich halt nicht mehr machen würde, teilweise. Und deswegen sehe ich das halt nicht so schlimm. Also klar ist es halt nicht cool, dass es passiert ist. Aber da ich halt jetzt irgendwie da anders drüber denke, finde ich das okay. Also das ist ja auch hoffentlich, so wie ich das verstehe, das Ziel von einem Gefängnis. So Rehabilitierung, weißt du? Ja, klar. Und wenn ich die Rehabilitierung habe, ohne eine Strafe zu bekommen, ist ja noch besser. Die Frage ist ja auch, kann man denn so jemanden wie Kliemann verzeihen, weißt du? Ich wollte gerade Kliemann sagen. Nee, Kliemann. Also ich glaube, der ist schon echt jetzt hart. Ich will nicht immer wieder dieses gecancelt sagen, aber der ist schon, also das ist schon, es ist auch zum Beispiel härter als dieses Joysting, was wir jetzt vor zwei Wochen hatten, wo du auch nicht da warst. Ähm, das ist schon, ja, das ist schon echt drei Nummern größer. Ja, sehe ich auch so. Ich habe ja trotzdem gefragt, kann man so jemanden wie Kliemann jetzt rehabilitieren? Ähm, oder wird das eh ein paar Wochen wieder vergessen sein? Ich glaube, der wäre rehabilitiert, wenn er sich jetzt hinsetzt und selber 100.000 Masken näht. Ja. Und die dann irgendwo hinspendet. Ich finde es halt so krass, dass ja Böhmermann ständig solche Sachen irgendwie hervorbringt. Auch bei Tönnies, diese ganzen Sachen. Und dass die halt davon so gar keinen Schaden getragen haben, so gefühlt, ne? Ja, also ich glaube, das ist bei Unternehmen halt nochmal schwieriger. Hätte eine Einzelperson das gemacht, was Nestlé irgendwie die ganzen letzten Jahrzehnte abzieht, dann wäre die halt vaporisiert worden im Internet. Aber so ist es halt, ja, die sind halt überall drin. Das ist ein mächtiger Konzern. Oh, ich komme da nicht drum rum. Ich brauche halt meine, mein Nesquik Kakao oder was weiß ich was. Es geht halt nicht anders. Und deswegen ist es da halt ein bisschen schwieriger. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Großunternehmen wie H&M und so weiter, die halt offensichtlich in Bankleit ihre Sachen herstellen lassen, wo halt keiner was sagt, ne? Ja. Das ist halt der Punkt wahrscheinlich, dass Kliemann halt gesagt hat, er macht es eben gerade nicht und macht es aber insgeheim dann doch. Ich glaube auch, das ist nicht so schlimm. Also ich, also wäre das Video da zu Ende gewesen, hätten halt auch alle gesagt, ja, okay, ist halt nicht der coolste, aber passt schon. Ich glaube halt wirklich, dieses Masken-Ding ist einfach zehn Level drüber. Also das ist nicht das Masken-Ding, die Produktion, sondern halt dieses Verschenken. Ne, also ich finde auch schon, dieses Bewerben von uns und Masken kommt wenigstens aus Portugal und faire Arbeitsverhältnisse und so weiter. Natürlich ist das nicht geil, absolut. Definitiv. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt krass viele Fans abgesprungen werden. Aber ich muss auch sagen, also ich bin ja auch relativ abgehärtet, was sowas angeht, ja. Und ich sage ja auch meistens so ganz zynisch, ja, war ja klar. Aber bei dem Beitrag gestern, oder vorgestern, weiß ich gar nicht, vorgestern, auch meine Kinder hatte ganz unten. Und ich dachte, Alter, das hätte ich von dem echt nicht gedacht. Weil der ist, ja, er ist schon ein bisschen zwiespält irgendwie oder war an manchen Punkten vielleicht zu cool, um wahr zu sein, weil er immer so sympathisch wirkte und auch in Interviews irgendwie immer so, 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 weiß ich nicht, so ehrlich wirkte und verpeilt wirkte. Aber dass jemand so krass tief sinken kann, dass jemand so ein krasses Geheimnis hat, er hat das niemanden ermordet, ja, aber trotzdem fand ich das schon ziemlich hart, dass jemand sich so ein Image aufbaut und es innerhalb von wenigen Minuten so zusammenfällt in sich so und dann sowas zum Vorschein kommt. Das fand ich schon, also sehr beachtlich. Da war ich schon überrascht. Da hat Barilla in der Telegram-Gruppe auch echt eine interessante Frage gestellt, ob einfach ab gewissen Geldsummen da mehr oder weniger jeder halt für anfällig wird für solche Scheiß-Moves so. Also man weiß ja nicht, was im großen Stil noch im Hintergrund passiert und ich will jetzt auch kein plumpes Milliardär-Bashing wieder machen so, aber dieses, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, aber dieses Macht-Korrumpiert-Ding, ja, wenn du einmal in so einer Situation bist, Dinge zu tun, dann tust du sie halt vielleicht auch einfach auch. Vielleicht ist das halt so ein bisschen, das ist natürlich ein negatives Menschenbild so, aber ich weiß es nicht. Aber, also man hätte natürlich auch da, der hätte ja auch Profit gemacht ohne halt diesen Move, so, das ist, ich weiß es nicht. Ja, ganz eklig jedenfalls. Ja. Hat für mich echt was vom, vom, äh, viralen Hitler. Ja, definitiv. Für mich gibt es aber noch eine andere Sache, die, äh, mit vergangenen Dingen etwas zusammenhängt, die mich diese Woche eigentlich mehr beschäftigt hat. und zwar ein Angriff auf Dave Chappelle. Hast du das mitbekommen? Na, der ist doch schon seit, seit Jahren in der Kritik, oder? Wegen seiner Transphobie und Homophobie und so weiter, die ja angeblich keine sein soll, macht ja nur Witze, aber. Ich wollte gerade sagen, Witze über etwas zu machen, heißt nicht, dass man da instant, äh, instant eine Phobie, oder halt, ne? Phobie heißt ja in dem Sinne Angst, aber, ich weiß, was du meinst, also eine Feindlichkeit er hat. Also, ich kenne seine Programme nicht, also ich kenne nur seine, seine frühen Sachen, von Comedy Central, die ich sehr lustig fand, ähm, ich habe mir von, von einer, sehr nahstehenden Transperson sagen lassen, dass sie auch Fan von ihm gewesen ist, und, dass seine neuen Projekte, und Stand-Up Auftritte, wohl, extrem, in diese Transrichtung gehen, dass er sich schon sehr krass, super lustig macht, dass es schon sehr transphob wirkt. Natürlich kann man bei jedem einzelnen Gag sagen, okay, ist halt ein Gag, wenn den sonst wer gemacht hätte, hätte keiner was gesagt. Aber er reitet wohl so auf diesen Transthema, um dieses Gender-Thema rum, dass man schon das Gefühl bekommt, bei seinen Shows, dass es schon in eine bösartige Richtung geht. Aber ich kann es nicht einschätzen. Und ich kenne auch seinen aktuellen Fall nicht. Ja, das ist klar, wenn es so eine persönliche Agenda wird, dann ist es natürlich auch nicht mehr so entertaining irgendwie, wenn man es nicht ruhen kann, ruhen lassen kann. Ich erzähle mal kurz, was passiert ist, weil da wird dieses Transthema auch nochmal aufgemacht. Und, äh, es ging halt nicht um einen verbalen Angriff oder einen Shitstorm oder sowas, sondern halt einen tatsächlichen Angriff. Er war auf einer Bühne, hat da gerade gelabert und dann kam einer wahrscheinlich, ich weiß, also er hatte auf jeden Fall ein Messer und eine Pistolenattrappe dabei, aber so wie ich das gesehen habe, hatte er das bei dem tatsächlichen Angriff nicht in der Hand. Also nur in der Tasche oder so. Und stürmt halt auf die Bühne, macht irgendwie hier so ein, so ein Goldberg-Spear-Tackle in ihn rein, irgendwie mit dem Kopf zuerst, keine Ahnung was. Also total ineffektiv und verfehlt ihn auch, fällt dann auf den Boden, dann fällt, äh, Dave Chappelle auch auf den Boden, stellt sich direkt auf, ist irgendwie bereit, den umzupochen, aber da rennt er dann backstage. Dann kommen erst die Securities an und zwei davon, das fand ich richtig witzig, fallen so richtig synchron auf dieser glatten Bühne hin. Also wirklich so exakt, es sieht aus wie ein Glitch oder so, wo irgendwie zwei NPCs, ja, fallen exakt gleich hin. So und dann gehen halt echt so irgendwie zehn Leute auf den Typen und halten ihn fest. Und Dave Chappelle guckt so kurz, kommt dann wieder vor und sagt so, ah, hier, gonna kill that motherfucker oder irgendwie sowas. Und dann fester sich aber wieder und macht ein paar Jokes und sagt dann halt am Ende auch, I think that was a trans man. So, also, da haben wir halt wieder das. Und in dem, also in diesem Szenario, ja, ohne jetzt auch sein Programm so gut zu kennen, weil ich fand den auch nie so lustig, wie der krasse Hype war um ihn, ähm, finde ich diese Aussage halt witzig und sehe nicht, dass es direkt gegen trans Menschen geht, sondern eher gegen sich selbst, weil er halt so viel gegen trans Menschen sagt, dass er es quasi verdient hat, attackiert zu werden. Weißt du, wie? Ja, das habe ich auch gerade so gesehen, ja. So, aber ganz im Zuge von dem Will Smith-Ding von vor zwei Wochen oder drei Wochen, vier schon, ich weiß es gar nicht, ähm, ich will halt nicht, dass das irgendwie so Standard wird, dass irgendwie Comedians auf der Bühne stehen und angegriffen werden. Weißt du? Auch wenn sie noch so, äh, ja, also, ne, Aufruf zu Hass und irgendwie, weiß ich nicht, Gewalt, das geht natürlich gar nicht. Aber wenn es halt wirklich Jokes mit Punchline sind, dann, finde ich halt, können die auch echt scheiße sein. Da brauchst du keine echten Punchline. Ja, eben, aber hast du kein Recht, den umzupochen. Und ich will halt nicht, dass das ein Trend wird. Witzigerweise kam halt Chris Rock bei diesem Dave Chappelle-Event auch noch auf die Bühne, weil der zufällig da war und hat gefragt, was this Will Smith? Richtig gut. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Das finde ich schon heftig. Also, es nimmt schon gerade zu, ne, diese, diese, diese Gewaltbereitschaft. Wenn man jetzt Pocher hat und, äh, Chris Rock und jetzt auch noch Dave Chappelle. Also, es ist schon heftig. und vor allem, du hattest das ja so ein bisschen bei den, äh, Schworblern, die irgendwie Tankstellenleute erschießen und so, dass, dass man dann so einen Trend sieht und ich war dann so, ja, okay, aber das sind ja trotzdem noch wenige Fälle auf ein paar Millionen. Aber hier fühlt es sich für mich ein bisschen anders an, weil es halt eben auf Bühnen vor Millionen von Menschen passiert. Ja. Und nicht, dass es dadurch halt eine krasse Strahlwirkung hat, dass ich dann, weißt du, ähnlich wie so ein Amoklauf, okay, das ist mein Moment, jetzt im Scheinwerferlicht zu stehen. Ich poche jetzt irgendwie mal Olaf Schubert weg, weil der, äh, so dumm sächsisch spricht oder so. Das hört ja auch zum Selbstläufer, ne, wenn einer anfängt und man merkt, die bekommen man wie auch Aufmerksamkeit, dann kann es schon passieren, dass dann jemand sagt, ich mach das jetzt einfach auch nach und stürme auch als Nobody auf die Bühne und, und poke jemanden um und sorge für den viralen Hit. Das kann ja auch so eine Motivation sein, weißt du? Hm. Viralen Hit in sein Gesicht. Ja, also vielleicht müsste ich mir mal so ein, so ein Transgender-Stand-Up, äh, ich nenn's schon so, also ich glaub nicht, dass es wirklich nur darum geht, aber mal anschauen, um mir da wirklich eine Meinung zu bilden. also ich geh da voll mit, wenn's so eine persönliche Agenda wird, ist es dann halt auch einfach irgendwie ein bisschen langweilig, da so drauf rumzureiten. Zum anderen, weiß ich, wenn man halt jetzt, wenn sowas passiert und man halt im Auge eines Shitstorms ist, dann das halt nicht zum Thema zu machen, ist halt irgendwie auch komisch, oder? Ja, ja, das stimmt. Ich glaub, das ist halt so ein sich selbst befeuerndes Ding, er macht halt was drüber, dadurch gibt's einen Shitstorm, der Shitstorm gibt ihm ein neues Zündwerk, um neue Gags zu machen, oder so. Naja. Aber zu dem Thema hatte ich gestern auch eine richtig krasse Diskussion über, über Instagram von einer Transperson, äh, die, die nicht binäre Menschen ablehnt, was ich unfassbar spannend finde irgendwie, weil man daran ja auch irgendwie erkennt, dass sobald man irgendwie, dass auch die Community und die marginalisierten Gruppen unter sich, ja auch voll, ähm, Die fressen sich gegenseitig auf. Ja, die sind ja auch sehr heterogen und haben auch verschiedene Ansichten und können auch so eine, so eine Intoleranz in sich tragen. Ich mein, es gibt auch Schwule, die, die Bisexuelle angreifen, ähm, es gibt Leute, Wie kannst du eine Frau anfassen? Ekelhaft! Oder es gibt, oder, es gibt dieses berühmte Bild von, von einer Anti-Homo-Ehen-Demo, wo ein schwarzer Mann und eine weiße Frau, die verheiratet sind, gegen die Homo-Ehe protestieren. Da gibt's dann so diese Überschrift, dass ihr vor 50 Jahren auch noch nicht heiraten durftet. Jetzt macht ihr hier einen auf Moralapostel die Arschlöcher, so nach dem Motto. Und, das ist jetzt immer so ein bisschen Vortrag, weißt du, die eine Gruppe bekommt irgendwie ihre Rechte zugesprochen und, glaubt aber irgendwie nicht, dass es dann noch, noch weitergehen kann, dass auch andere Menschen oder andere Gruppen entstehen oder sich in die Öffentlichkeit tun und die eigentlich auch ihre Rechte bekommen sollten und nicht akzeptieren wollen. So halt jetzt diese Person gestern, der selber trans ist oder auch als Mann gelesen werden möchte und als man anerkannt werden möchte, aber total scharf geht gegen nicht-binäre Personen und sagen, so einen Quatsch gibt's überhaupt nicht. Es gibt halt nur Mann, Frau, Cis-Mann, Cis-Frau und Trans-Mann und Trans-Frau oder intersexuell vielleicht noch. Den Rest gibt's halt für ihn nicht. Und das fand ich halt richtig heftig. Dieses ganze dumme Schubladendenken, Alter. Ich versteh das halt nicht. Das fühlt sich halt so wie eine Einbahnstraße an. Weißt du, auf der einen Seite hier, ich bin das und das, akzeptier das so und auf der anderen Seite, aber wir müssen das jetzt alles ganz wichtig eingliedern, weil das ist ganz wichtig, dass wir jetzt, dass alles ein Label hat und so. Können wir nicht einfach, jeder macht halt sein Süppchen und gut ist so. Also es ist ja so diese Diskussion, die auch Alice Schwarzer geführt hat, so Feminismus gegen Queerfeminismus, dass wenn, was auch J.K. Rowling so ein bisschen vertritt, dass eine Trans-Frau niemals eine echte Frau sein kann, weißt du? Das ist so dieser Standpunkt, dass wenn man Trans-Frauen akzeptiert, dass es dann schlecht wäre für Cis-Frauen und für ihre Rechte, was ich völlig wachsinnig halte. Klar gibt's immer irgendwie anekdotische Geschichten, dass ja eigentlich jetzt Cis-Männer sich als Frauen ausgeben, um mal Frauenklos zu gehen und Frauen zu begatten, gibt's bestimmt auch, aber es ist halt ein Bruchteil der Leute und man darf dafür nicht die Menschen, die es echt betrifft, die wirklich Trans-Frauen sind, dafür irgendwie diskriminieren. Das ist meine Ansicht zumindest. E jedenfalls fand ich das ziemlich krass und veranschaulichend. Also ich finde, Entschuldigung, ich finde, man kann Trans-Frauen den Grund und Boden haten und kritisieren, wenn sie Jenner heißen. Ja klar, also bei dieser Jenner war es ja auch so, dass sie irgendwie für sich Respekt und Anerkennung anfordert, aber selber irgendwie total dumme Werte vertritt und halt irgendwie Trump supportet. Das ist ja nochmal ein anderer Widerspruch in sich. Was ich aber sagen wollte ist, dass es ja immer schön ist, wenn man seine eigenen Rechte durchdrücken konnte als Trans-Person, dann ist es schön bequem und dann kannst du dann auch aufhören, Toleranzgänger über anderen zu sein. Das fand ich schon sehr eklig und sehr unprogressiv und irgendwie auch traurig, dass so eine Person das nicht checkt, dass sie ja selber auch vor wenigen Jahrzehnten noch als Schwachsinn abgestempelt worden wäre, was sie jetzt macht mit nichtbinären Personen und mit Agenda und so weiter. Ja, wie ist das eigentlich, wie ist das politisch korrekt ausgedrückt? Eine Trans-Person war dann auch rückwirkend immer eine Trans-Person oder kann man problembefreit sagen, manchmal wird eine Schwanz-Person zu einer Trans-Person? Ja, das kann man sicherlich in einem lustigen Kontext sagen, aber ich glaube, also was ich gelernt habe in meinem Umgang mit Trans-Menschen ist, dass sie ja schon immer dann das Geschlecht gewesen sind, was sie jetzt quasi sind, weißt du? Dass man noch kein Dead-Naming betreibt, man sagt halt nicht, aus Klaus wurde Barbara, sondern man sagt halt, mit 33 hat Barbara gemerkt, dass sie eine Frau ist und so weiter und viele reden dann auch in der Vergangenheitsform von Barbara, auch wenn es schon vor der Transition war. Okay, wenn man, ja, okay, ja, okay, na klar, wenn man das rückwirkend, aber das irgendwie zu leugnen, dass das so war, finde ich, also ich gehe da voll mit, klar, dass man sich irgendwie, was weiß ich, seit Kindheit irgendwie schon dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt, aber du kannst ja nicht leugnen, dass du trotzdem vorher einen anderen Namen hattest, so. Ja, die Frage ist halt nur, wie relevant es ist, diesen Namen nochmal zu sagen, nicht relevant, nee, ich sag nur, aber dann halt irgendwie zu sagen, ich hieß schon immer Barbara oder sowas, das wäre halt irgendwie, ich weiß nicht. Und ich hatte halt in meiner, meiner Beratung auf Arbeit auch schon Menschen, die trans waren und die, die mir erzählt haben, dass sie manchmal immer noch weinen, wenn sie ihren alten Namen hören, gerade von Menschen, die das eigentlich längst wissen, die schon seit zehn Jahren wissen, dass sie halt nicht mehr so heißen, sondern jetzt Barbara heißen, aber sie immer noch irgendwie Ingo sagen als Beispiel, das sind jetzt erfundene Namen, dass es immer noch wehtun kann, gerade wenn es absichtlich passiert. Nun, ja, gut. Ausreichend Trans, ausreichend Trans. Ich wollte gerade sagen, wie sind wir da jetzt hingekommen? Also ich spüre schon wieder die Pulsader von Herr Roth, ist sowas von Puchern. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Ich spüre noch andere Pulsadern, Puchern, nämlich die von den Leuten, die in Indien und Pakistan leben. Da ist nämlich eine richtig harte Hitzewelle. Man muss dazu sagen, dass der Sommer hoch ist, gerade im Mai, in diesen Ländern. Nicht wie in Deutschland, eher so Juli, August. Normal. Und da sind halt gerade richtig, richtig harte Temperaturen. Bis zu 50 Grad hoch und so. Alter. Krass. Und das ist vielleicht auch so ein Glimpse of the future, wenn man da mal hinguckt. In Zukunft, wenn dann irgendwie Gletscher noch mehr schmelzen, die kriegen ja irgendwie ihr Frischwasser aus dem Himalaya, so wie ich das weiß. Wenn die Gletscher in Indien schmelzen. Naja, aus dem Himalaya-Gebirge. Und dann ist halt schlecht. Also ich glaube schon, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre könnte es schon die ersten Kriege wegen Trinkwasser geben. Außer, und da würde ich jetzt gerne mal in die Kommentare verweisen, ob mir da jemand mal ein schönes Too Long Didn't Read geben kann. Außer wir kriegen es hin, irgendwie ordentlich halt mehr Wasser, also Salzwasser trinkbar zu machen. Weil eigentlich geht das ja, aber es ist wahrscheinlich ein zu hoher Energieaufwand, dass wir das im großen Stil machen. Aber ich finde das halt hart, die Vorstellung, dass der Planet irgendwie zu 90 Prozent aus Wasser besteht. und dann verdursten wir. Ja, das ist krass, das stimmt. So, also irgendwie verstehe ich nicht. Man kann definitiv das Wasser trinkbar machen. Man kann das ja auch im kleinen Stil irgendwie mit Osmose oder was das ist, dass man das Salz rausfiltert. Genau, ja. Und das geht, aber warum geht das nicht halt im großen Stil? Warum sind wir so hart auf so, also es ist natürlich scheiße, wenn so Seen austrocknen und sowas, aber warum sind wir da immer noch so hart drauf angewiesen? Warum gibt es da noch keine technische Lösung? Da gerne mal Hilfe im Chat. Das ist vielleicht ein bisschen so wie Solarenergie, weil ja immer so diese romantische Idee im Raum steht, dass man ja auch die Sahara zu pflastern kann mit irgendwelchen Solarpendels. Was aber nicht so einfach ist, weil wenn du die Energie dann transportieren musst nach Amerika oder nach Europa, geht verloren, ja. Ja, auf jeden Fall. Dass es im kleinen Stil halt voll gut ist, ist aber im großen Stil schwer umzusetzen, dass man einfach viel verloren geht und Energie drauf geht. Ja. Wenn das jetzt noch gepaart wird mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, dann gibt es einen Wet Bulb Moment. Ich weiß nicht genau, hatte ich schon mal irgendwann gegoogelt, was das auf Deutsch ist, aber fuck off. Das ist halt dann quasi so, so heiß und so, Wet Bulb Temperature, Moment. Steht hier natürlich, okay, das steht hier auch auf Deutsch. Ah, die Kühlgrenztemperatur. Ein wundervolles deutsches Wort. Naja. Dass du quasi im Schatten sitzen kannst und trotzdem stirbst, weil es so nass ist, dass deine Haut nicht hinterherkommt, dich zu kühlen und du verreckst einfach. Das wird passieren? Na, das kann durchaus passieren in manchen Gebieten, ja, wo jetzt auch schon solche Hitzewellen sind. Das ist halt einhergehend mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, dass dein Schweiß dich nicht mehr kühlen kann. Ja, das ist schon krass. Richtig absurd irgendwie, die Vorstellung. Weil du gerade Krieg gesagt hast, also ich glaube, dass wir eher in anderen Kriegen sterben werden als an dem Krieg. Es gibt jetzt auch die Gerüchte, dass jetzt am Montag, also morgen für euch, am 9. soll wohl der Weltkrieg verkündet werden von Putin. Es wird gerade in den Schwurbelkreisen durch die Telegram-Kanäle gejagt. Wir dürfen gespannt sein. Ich habe genau Gegenteiliges in seriöseren Medien gesehen, dass es eher, also aus so einer großen Stadt gab es jetzt Rückzüge, weil die sich komplett zerballert haben da irgendwie und nicht vorangekommen sind. Warte, wo war es? Eine von den großen ukrainischen Städten, da haben sie sich vertan. Seriöse Quellen, was du seriöse Quellen bezeichnest. Tagesschau wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Welche war denn das? Egal. Hat man schon öfter gehört. Egal. So. Eigentlich hast du halt auch gerade meine Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte nämlich sagen, als wir vom heißen Indien geredet haben, wollte ich sagen, ähnlich heiß war der Grund, warum Excel 95 Mal wieder von Twitch gebannt wurde. Oh. Wir können gleich noch mal zu Russland und Ukraine kommen, aber das ist halt echt absurd. Der wurde irgendwie von einer Woche erst wieder freigeschaltet. Gefühlt. Vielleicht war es auch im Monat. Keine Ahnung. Ich gucke den nicht. Und jetzt hat er einen Schlafstream gemacht. Dabei ist, Alter, das ist so absurd, man. Dabei ist seine Hose irgendwie leicht verrutscht, seine Schlafhose. Und man hat halt oben so ein bisschen Ritze am Rücken gesehen. Und dann hat er einen Tweet an Twitter, auf Twitter an Twitch verfasst, wo er erklärt, dass das bei fetten Menschen halt so ist, dass die Ritze weiter oben anfängt und dass das gar nicht die Arschritze ist, sondern eine Fettritze. Das ist so absurd. Oh Gott. Und deswegen wurde er halt jetzt gebannt wegen Nacktheit. Und das sieht er nicht ein. Zu Recht. Aber das ist irgendwie so ganz komisch. Ey, wie Brüle kann Twitch werden, ey? Ich denke mal, das war so ein automatisiertes Ding, als halt dann, dass ein paar Leute gemeldet haben. Oh, da ist eine Ritze. Haha. Kann ich mir vorstellen. Ich denke mal schon, der wird wieder freigeschaltet. Ich habe mal so einen Bericht gelesen von Leuten, die bei Twitch gesperrt worden sind, auch wegen Nacktheit und Sexualität und so weiter, dass manche ja tatsächlich vergessen, ihre Kamera auszumachen und die dann beim Sex gefilmt worden sind. Ja. Aber als der Sex zu Ende war, ist das Stream abgebrochen. Haben sie es noch schön durchgezogen und gesendet. Wenn es zu Ende war, dann haben sie es erst abgeschalten. Ich sehe auch hier das Bild. Witzig. Ja, meine Kühe ist so eine scheiß Ritze, ey. Dumm. Ja, aber es ist schon irgendwie witzig, wenn da so ein großes Unternehmen angeschrieben wird mit, ja, bei Fetten ist halt die Ritze weiter oben. Es ist voll fettenfeindlich. Ja. Großartig. Weißt du, dünne Frauen mit dicken Titten dürfen sich nackt da zeigen mit Bikini, wenn sie sich in den Pool wälzen und wenn da jemand schläft, so wie Echse, und so ein bisschen Fettritze rausguckt, wirst du gleich gesperrt wegen Nacktheit. Jetzt sprichst du wie MCM. Warum dürfen Frauen Titten zeigen auf Instagram, aber ich nicht Hoden auf TikTok? Na gut, also Brüste und Hoden ist nochmal ein Unterschied. Ja, ist es auch. Aber es gab das auf Twitch schon zur Genüge. Also es gab auch irgendwie eine, die angeblich aus Versehen den Stream laufen lassen hat und dann dachte, sie nimmt jetzt für Onlyfans auf und hat dann einfach straight ihr Arschloch in die Kamera gehalten. Also die war dann irgendwie für drei Tage gesperrt und dann war auch wieder gut. Also ich glaube schon, dass das so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Es gab doch die Meldung, dass man in manchen Freibändern in Deutschland, dass da auch Frauen jetzt oberkörperfrei herumlaufen dürfen. Bitte nicht, nein. Och, bitte, nein. Warum nicht? Na, das wäre ganz schlimm. Dann müssten wir diesen Anblick ertragen. Dann würde ich ja voll in die Latte kriechen, wenn ich baden gehe. Nee, ich bin jetzt gar nicht so der Bubstyp, aber ich habe nichts dagegen, die zu sehen. Es wird ja auch mal zeigen, also ich finde das eh furchtbar, dass man das so unterscheidet. weil ja, okay, es kann einen irgendwie auch ablenken und sexualisieren. Aber das ist das Problem, dass man Brüste zu sexualisiert, weißt du? Wenn man die viel öfter sehen würde, auch in der Öffentlichkeit, wären die halt so etwas wie Knie oder so etwas wie eine Männerbrust. Joa. Maybe. Ich finde es jedenfalls gut. Frauen sollten nicht abtreiben, weil die sollen gefälligst unsere Brutmaschinen sein und die Herrenrasse weiter gebären. So sagt der Supreme Court in Amerika. Und es hat auch in Deutschland eine Diskussion losgetreten. Das ist ja echt ein altes Ding, aber in Amerika gab es eigentlich diesen Präzedenzfall Roe vs. Wade, wo geregelt wurde, ja, Frauen haben ein Recht auf Abtreibung, bis zu einem bestimmten Punkt zumindest. Und jetzt ist halt ein Dokument geleakt worden, ein sehr ausführliches, dass der oberste Gerichtshof, also diese neun Ältesten, möchte ich fast sagen, obwohl die gar nicht so alt sind mittlerweile, drei davon von Trump bestimmt, jetzt beschlossen, ich glaube, fünf zu vier oder beschließen werden, falls sie sich nicht umentscheiden, dass halt dieser Präzedenzfall nichtig ist, was einmalig wäre bisher und dass Abtreibung doch eine ganz böse Sünde ist. Ich habe auch gelesen in so Queer-Magazinen, dass die Befürchtung ist, dass es nur so der erste Stein ist, der rollt, der noch andere ins Rollen bringen könnte, dass dann auch die Ehe für alle zurückgenommen wird und so weiter. Das ist schon im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn du einmal anfängst, so Sachen zurückzunehmen, kannst du auch noch mehr zurücknehmen. Ja. Exakt das Gegenteil von progressiv. Schon ziemlich whack. Hat auf jeden Fall eine Welle der Empörung und Proteste mit sich geführt. Also jeden Sommer in Amerika gibt es jetzt richtig Raufhändel. Mal schauen, in welche krassen Riesenproteste das eventuell noch umschwingt. Bis jetzt hält sie es noch in Grenzen, aber es gab auch schon wieder natürlich die erste Polizeigewalt dann gegen die Protestierenden und so. Mal schauen. Das sind die gleichen Leute, weißt du, die behaupten, eine Impfpflicht wäre Quatsch oder sich impfen lassen müssen ist Quatsch, weil es ja mein Körper ist und meine Entscheidung. Aber eine Frau, die muss natürlich das Kind kriegen, die hat kein Bestimmungsrecht über ihren Körper dann. Das ist mega widersprüchlich. Ich sage es auch, wie es ist, ich habe keinen Respekt vor einem Fötus, also vor einem ungeborenen Fötus. Ab einem bestimmten Punkt, okay, gehe ich mit, aber also du kannst ja auch nicht sagen, hey, ich wohne hier zu zweit, ja, wir teilen uns jetzt mal 50-50, also eine Schwangere sagt dann, hey, GZ, ja, mein Fötus zahlt die Hälfte oder sowas, weißt du, also das wird ja bis zur Geburt auch nicht als Mensch anerkannt und in Amerika kommt natürlich dann noch dazu, dass man sagt, die Republikaner, denen ist es dann auch scheißegal, wenn das Kind geboren ist. Eigentlich geht es wirklich nur um den Prozess des Kindwerdens, also des Menschwerdens, auf die Welt kommen und dann ist Feierabend, dann kriegst du keine Unterstützung mehr, kannst du sehen, wo du bleibst, kriegst keine Zuschüsse, die wollen jetzt teilweise den Leuten in der Schule das Essen wegnehmen, auch unter dem Deckmantel von, ja, du kannst ja keinem vorschreiben, was er zu essen hat. Genau, Selbstbestimmung, genau, super. Das ist also ganz, ganz finster und ja, ich sag halt, das ist ein Parasit, der hockt da ja drin, so ohne die Mutter könnte der nicht überleben, also es ist kein Leben. Ja, ich finde das schon gut, wie das in Deutschland geregelt ist, ist natürlich, kannst nicht irgendwie so ein Kind, was da irgendwie seit acht Monaten drin rumschwirrt, kannst nicht irgendwie Bauchlatschen und das wegschieben, so das ist, da hört es für mich natürlich auch rauf, aber. Ja, da wäre ich vorsichtig, also, dass es gut ist, wie es hier läuft, es gibt ja auch immer noch dieses Gesetz, was noch nicht ganz abgeschafft ist, dass Frauen, dass Ärztinnen und Ärzte nicht aufklären dürfen auf ihren Webseiten zu dem Thema Abtreibung. Okay. Ja, dann finde ich das nicht gut. Ja, es geht besser auf jeden Fall. Ja, aber, also, das ist für mich halt so ein No-Brainer irgendwie. Das hat auch gar nichts irgendwie für mich mit My Body, My Choice zu tun, sondern einfach, das ist für mich, das ist für mich logisch so. Wenn ich das nicht will, dann will ich das nicht. Da müssen wir gar nicht irgendwie anfangen mit, ja, hier, ich wurde vergewaltigt und so. Diese Fälle sind ja die ganz schlimmen dann. Ja. Dann kann es in der Zukunft so sein, da gibt es jetzt in Louisiana auch den ersten, den ersten Draft von einem neuen Gesetz, dass dann Abtreibung wie Mord gilt, Alter. Und dann wirst du halt vergewaltigt, treibst dein Kind illegal ab und dann kriegst du eine härtere Strafe als dein Vergewaltiger. Das ist so krank. Das ist auch wie so in manchen Ländern, wo dann auch die vergewaltigte Frau ins Gefängnis kommt, weil sie Sex außerhalb der Ehe hatte. Ja. Einfach nur degeneriert. Und da kommt ja noch dazu, dass so ein Gesetz verhindert ja keine Abtreibungen, sondern verhindert nur sichere Abtreibungen. Ja, genau, da gibt es auch Studien dazu, dass in Ländern, wo es verboten ist, gibt es trotzdem genauso viele Abtreibungen wie in Ländern, wo es legal ist. Ja. Und es trifft halt auch immer nur die Ärmsten, die sich auch keine Verhütung leisten können an so einem Shit. Und die vielleicht nicht so den hohen Bildungsstand haben. Das war auch das Thema mit der Person, mit der ich mich gestern gestritten habe, über dieses Trans-Thema. Wir haben auch darüber gesprochen, über Sexarbeit. Und dass die, also er war auch sehr hart gegen, dagegen, dass Position legal ist. Wo ich gesagt habe, ja, ich verstehe deinen Punkt, aber ich hoffe halt nicht, dass man mit Verboten das irgendwie ändern wird, dass es das gibt. Dann lieber legalisieren und das irgendwie kontrollieren, als dass es halt nur im Verborgenen bleibt. Es gibt nun mal doch einen relativ großen Teil von Frauen, die das irgendwie kontrolliert machen, die das auch sicherlich freiwillig tun und die irgendwie registriert sind und so weiter. Und es wird tausendmal lieber, als wenn es halt wie in den USA halt nur illegal ist und du dann noch einen viel größeren Anteil hast von Leuten, die das illegal machen und wo das dann irgendwie aus den Bahnen läuft und die machen können, was sie wollen. Die Freier und auch die Zuhälter. Wir haben schon gar nicht mehr so viel Zeit, Tino. Ich muss mal noch elegant überleiten zu einem anderen, größeren Thema. Was, ich weiß gar nicht, ob du dich damit beschäftigt hast. Ich bin da halbwegs drin. Amber Heard versus Johnny Depp. Ja, ich habe mir so ein paar Videos angeschaut dazu. Es ging auf jeden Fall jetzt in die zweite Runde, denn Amber Heard ist jetzt mittlerweile im Zeugenstand und es gab ein, zwei sehr virale Momente und das fand ich so lächerlich. Also die ist ja eh jetzt eigentlich schon innerhalb der letzten zwei Wochen so ein bisschen aufgedeckt als sehr durchtriebene Cunning und Scheming-Person. Ja. Ich bin der Neudeutsche, ich kann kein Deutsch mehr. und jetzt war sie halt das erste Mal im Zeugenstand, hat so ein fortztrockenes Taschentuch, in dem sie so tut, als würde sie da reinweinen und actet halt wirklich so scheiße. Ich kann dir mal diesen einen Clip schicken, den habe ich Kalle auch geschickt, ich leite das dann einfach mal weiter. Die actet so scheiße, ohne Spaß, das ist so schlecht und dann wischt sie sich mit diesem Taschentuch so einmal quer übers Gesicht, um sich da in die Rolle so reinzufahren irgendwie und dann gibt es den einen Moment, wo sie so das Taschentuch irgendwie an der Nase hat und sich da so rumrubbelt, guckt so zur Seite, man sieht so die Augen so für eine Sekunde so hochblitzen und dann sieht sie, dass gerade jemand ein Foto von ihr machen will und dann post sie für so drei, vier Sekunden ganz still mit dem Taschentuch an der Nase, bewegt sich halt nicht. Dann siehst du das Blitzlicht und dann bewegt sie sich wieder. Das ist alles so schlecht, Alter. Ja, das ist ein Riesenkalkül. Darfst du eben nicht vergessen, dass da zwei Schauspielerinnen sitzen, die irgendwie jetzt vor Gericht sind und die können beide natürlich so ein bisschen auch ihre Mimee kontrollieren und wie sie sprechen. Aber es wirkte bei Johnny Depp schon wesentlich authentischer und auch von den inhaltlichen Aussagen her widerspricht er sich viel weniger, als sie das tut. Ich habe auch Videos von ihr gesehen, wo sie auf einmal dann anfangen zu lachen zwischendurch, als sie denken, dass die Kameras aus sind und so. Also ich glaube schon, das war in dem Fall auf jeden Fall, also ich glaube eher Johnny Depp, als dass ich ihr glaube. Auch wenn er sicherlich auch kein Engel war in der Beziehung. Aber ich denke, dass er mehr unter ihr gelitten hat als umgekehrt. Ja. Also den, es gibt ja zwei Prozesse, einmal den juristischen und dann den gesellschaftlichen und den gewinnt er auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist dann auch, ob das dann hinterher in seiner Karriere so ankommt. Weißt du, sie ist ja nach wie vor jetzt in Aquaman 2 drin. Er wurde aus dem Fantastische Tierwesen rausgecancelt. Ja, voll schade. Ob sich da jetzt entschuldigt wird hinterher oder so, weil sie ist halt diejenige, die immer aufs Bett scheißt und so Geschichten. Ja, krass. Also, wildes Ding. Hast du die Tierwesenfilme gesehen? Nee, gar kein Interesse, muss ich sagen. Na, ich bin ja voll drin in diesem Harry Potter Ding. Seitdem ich mal bei einem Casting war für dieses Theaterstück, habe ich gemerkt, dass ich es doch einen ziemlich coolen Stoff finde und habe jetzt auch die Tierwesenfilme geschaut, als ich jetzt in Quarantäne war oder noch bin, die ersten zwei. Und Johnny Depp spielt das richtig, richtig gut. Der ist ja Grindelwald quasi und da geht es so ein bisschen darum, dass Dumbledore, den kennst du ja bestimmt auch, und Grindelwald eine sehr enge Bindung zueinander hatten und wohl auch so homosexuelle Beziehungen da drin gewesen sein sollen. Ja. Und ich finde, dass Johnny Depp das richtig gut spielt und ich finde es echt sad und bin gespannt auf den dritten Film, der jetzt im Kino ist, wie der andere das spielt. Ich finde es halt ultra hart, dass sie den einfach so ersetzt haben, das weiß ich halt bereits, ohne das in irgendeiner Form zu erwähnen. Also es ist nicht so, ja, ich habe einen Spell gemacht und jetzt sehe ich anders aus. Man könnte es ja in dieser Zaubererwelt total einfach erklären, aber nein, es ist halt einfach dieselbe Person, die von einem anderen Schauspieler gespielt wird. Max Mikkelsen ist aber ein King, also muss ich sagen. Na klar, aber gerade bei Grindelwald könnte man ja auch sagen, er musste seine Gestalt wandeln, weil er gesucht wird. Er ist ja ein Verbrecher dort und er wäre das schon glaubhaft gewesen. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man das hätte elegant lösen können, aber nein. Und ich kenne ja solche Prozesse auch von anderen Produktionen und ich glaube, dass es auf jeden Fall auch zur Sprache kam, das Thema, machen wir das denn so? Weil das gibt es eigentlich immer bei Unbesetzungen, bei Serien, bei Filmen, gibt es immer diese Ideen, okay, wir haben jetzt eine neue Schauspielerin, wie gehen wir damit um? Und da gab es manchmal so Fälle von wegen, ja, sie wird sich in der ersten Folge ihr Gesicht verbrühen und dann hat sie halt neues Gesicht, gab es alles schon. Oder wie bei Heath Ledger, als er gestorben war, bei Dr. Parnassus, dass sie es auch in die Geschichte eingeflochten haben, dass wenn er durch diese Welten reist, dass er seine Gestalt ändert. Und die haben ihn dann mit neuen Schauspielern ersetzt, in den Szenen, wo er nicht mehr spielen konnte. Aber manchmal macht es auch Sinn, dass man sagt, okay, wir erklären es einfach nicht, weil die Story ist so schon voll umwoben und ist eh schon irgendwie erzählt und geschrieben. Lass einfach, einfach das beibehalten. Und man darf halt nicht vergessen, es ist halt ein fucking Film und ich weiß halt der zuschauenden Person, dass es halt Schauspieler sind. Und wenn ich das mal ganz kurz vergesse, dann kann ich auch mich darauf einlassen, okay, ist halt ein neues Gesicht, egal, ist Grindelwald, los geht's. Ja. Exakt. Gut. Eine Sache würde ich schon noch sagen zu dieser ganzen Ukraine-Sache, die ist ja jetzt auch schon also Schnee von gestern, aber ich finde hier in dieser einen Sache, das ist ein gutes Beispiel von Einzelfallbetrachtung. Es gibt einen, keine Ahnung, also irgendein Profi Virtus Pro, keine Ahnung, ist irgendwie so ein, so eine, irgendeine Scheiße, ist mir scheißegal. Es ging um irgendeinen russischen Spieler, der ein Z auf eine Minimap gemalt hat, während er gegen das ukrainische Team gespielt hat, also irgendeinen E-Sports-Verband oder so ist das. So, mir geht's nur darum, ähm, dass, ähm, der, der, der Vertrag wurde halt gekündigt von dieser Person, ja, also dieses Z-Ding hat man ja schon mal angesprochen. Ja klar. Das ist das, was irgendwie für, für pro, äh, russischen Krieg steht. Und das ist ein perfekter Fall von, hier ist es absolut gerechtfertigt, das zu tun. Aber dann gibt's ja die anderen Fälle, dass Leute irgendwie, das Z irgendwie vorübergehend irgendwo rausgenommen haben und so, was halt viel zu weit geht. so. Ja, das ist auch so. Und das ist, wenn man das so ein bisschen nicht irgendwie so gesagt, okay, jetzt gibt's dieses Symbol, jetzt müssen wir alles, was wo ein Z drin vorkommt, irgendwie verbieten, das ist natürlich nicht passiert. Aber so diese, diese Überreaktion, die total dämlich ist, verglichen mit diesem Fall, wo jemand ganz offensichtlich das getan hat, um da irgendwie sein, sein politisches Statement zu machen gegen auch noch ein ukrainisches Team. Das ist halt ein ganz anderer Fall. Und wenn das in Zukunft einfach immer so gehandhabt werden würde, das wäre so viel besser, Alter. Das wäre einfach so clever. Ja, das sehe ich ähnlich tatsächlich. Ich habe auch so Sachen gesehen von irgendwelchen Firmenlogos, die ein Z drin hatten, das sie jetzt umgestellt haben ohne Z. Ich weiß nicht. Da weiß doch jeder Idiot so, dass das nicht für den Krieg steht. Weißt du? Ja, weil das halt auch schon viel länger so war. Das ist doch dumm. Es ist doch was anderes, ob jetzt jemand sich aus seinem Auto frischen Z draufmalt oder ob man irgendwie irgendwas war, wo schon immer das Z drin war. Es ist ja auch nur jetzt ein Sinnbild. Es gibt ja einfach schon oft solche Events, wo dann irgendein Zeichen oder irgendwas halt nicht mehr gut war aus irgendeinem Grund und dann so diese Überreaktion passiert. Das finde ich halt totaler Schwachsinn. Und deswegen fand ich das irgendwie so das passende Beispiel für so sollte es sein, aber nicht mehr. Und ich muss auch sagen, wenn ich so einen Fall höre von diesem E-Sportler, dass ich manchmal echt, also ich denke da echt eher, dass der einfach der Russland-Propaganda zum Opfer fällt und dass die meisten Russen tatsächlich halt nicht wissen, was los ist. Klar, das kann da absolut der Fall sein, dass der halt auch, vielleicht wollte er auch einfach nur trollen so und meinte da gar nichts Böses oder sonst was, aber das ist halt ein Fall. Scheiße. Ja, natürlich ist es vor allem in einem professionellen Setting so, definitiv. Aber es kann natürlich sein, dass da entweder Propaganda oder halt einfach Dummheit und nicht böser Willen, sage ich mal, dahinter stand. Aber trotzdem gehe ich da halt mit. Ja, voll, voll. Also auch die Sanktionen sind da voll gerechtfertigt, sehe ich genau so. Ja. Naja. Noch eine wichtige Sanktion noch zum Schluss. Boris Becker. Stimmt, da war ja noch was. Der Nationalheld, der große Tennisspieler ist jetzt im Gefängnis. Echt, ja? Ja, klar. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, aber ich wusste irgendwie vor, also einen Tag bevor das Urteil gesprochen werden sollte, hat irgendjemand gesagt, ja, morgen ist ja das Urteil und da habe ich erst erfahren, dass da irgendwas ist. Erklär mal. Ja, ich dachte ja auch, der ist halt so ein Riesenpromi und so und war sehr reich. Der kommt eh nicht ins Gefängnis. Aber er ist doch verurteilt worden wegen verschiedener Insolvenzdelikte. In Großbritannien ist er jetzt im Gefängnis und hat wohl auch Steuern hinterzogen und so weiter und Leute irgendwie betrogen. Und ja, also wie ist es halt so, er hat über seine Verhältnisse gelebt und an Steuern hinterzogen, ist jetzt verurteilt worden und ich denke, er wird nicht zwei Jahre im Gefängnis sitzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Der wird ähnlich wie Uli Hoeneß irgendwie ein paar Monate sitzen, dass man es wieder vergessen hat und dann sagen, ja, es sagt Boris Becker, Tennis da, er verhält sich gut im Gefängnis, er bereut es, ist er wieder draußen. Das ist meine Prognose. Ja, maybe. Und alle berichten gerade bei BILD und RTL, auch der arme Boris, so sieht seine Gefängniszelle aus und so, es ist kein Luxus mehr, darf noch zweimal in der Woche irgendwie das und das machen und richtig Mitleid. Aber bei so Julian Assange zum Beispiel hat sich keiner interessiert, wie er, wie er ausharren muss. Also auch wieder so diese Doppelmoral, ja. Und es gab noch ein Statement von Thomas Gottschalk, was ich sehr spannend fand, dass er Mitleid mit Boris Becker hat und der ja keinem was getan hätte. Er hat nur irgendwie so den großen Leuten geschadet, die eh viel Geld haben. Er hat jetzt keinen ausgeraubt, der jetzt irgendwie arm ist und so. Ist auch richtig. Aber ich finde, dass man Steuern der Erziehung schon auch irgendwie ahnden sollte. Ja, also wenn das nicht Boris Becker wäre, hätte Thomas Gottschalk auch nicht gesagt, auch hier der Arme, ich habe Mitleid. Es ist halt dumm. Also der Promi-Status sollte da, was ist denn mit vor dem Gesetz gleich? Ja, genau, eben. Ja. Gut, Schweden und NATO könnten irgendwie innerhalb von zwei Wochen, äh, Schweden und NATO, Alter, mein Brain. Ich habe zu viel Roblox gezockt, I'm sorry. Schweden und Finnland könnten irgendwie innerhalb von zwei Monaten, äh, Alter, ich bin raus, wir müssen beenden, innerhalb von zwei Wochen, ähm, äh, theoretisch der NATO beitreten. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ich weiß nicht, ob das passiert, aber das steht irgendwie im Raum. Ähm, wird sich dann zeigen. Ja, nicht, dass dann Putin, der irgendwie angeblich gerade auch einer Krebsoperation unterzogen wird und für zwei Tage maximal seine, seine ganzen, seine Macht abgibt an jemanden, der wohl noch mehr deranged sein soll als er, so ein, so ein Admiral, Militär-Captain, keine Ahnung. Aber ist es denn schon, schon klar, dass er Krebs hat, Putin? Na, das ist halt so ein, so ein, so ein mehr, mehr als Gerücht Gerücht. Okay. Also richtig bestätigt ist es glaube ich nicht. Ist ja eh gerade ein bisschen schwierig, da so 100% akkurate Information. Naja, das steht irgendwie im Raum. Da sehen halt viele, so ein bisschen als Kriegserklärung, wenn jetzt die, die in die NATO eintreten und wenn wir Waffen liefern, aber ganz ehrlich, Putin sieht doch alles als Kriegserklärung. Ja, Alter, was ich mich richtig gewundert habe, 1. Mai war ja gewesen und Scholz hat eine Ansprache gehalten, hast du das gesehen? Ja. Der ist ja richtig aus der Haut gefahren, du. Der hat Gefühle, der hat Gefühle, ich war voll überrascht. Genau das habe ich ja Rodes geschrieben im Moment, was fällt dem Spacko ein, hier Gefühle zu zeigen? Ja. Es ist halt von der Zielspalt, na klar will man irgendwie Pazifist sein und sich nicht irgendwie in den Krieg einmischen. Auf der anderen Seite haben wir gerade so einen ungerechten Angriffskrieg irgendwie, dass die Ukraine einfach nur existieren will. Russland wollen die halt übernehmen und dann halt irgendwie zu erzählen, ja ihr müsst euch in der Mitte treffen und verhandeln. Nein, müssen die nicht, Alter. Russland hat kein Recht irgendwie zu verhandeln. Die Ukraine gehört nicht ihnen, weißt du? Ja. Ich breche deine Wohnung ein, klaue dein Fahrrad und dann verhandeln wir, dass wir 50-50 machen bei der Strafe. Ja, genau das. Deswegen verstehe ich so viele nicht. Also auch die Linkspartei ist auch gerade sehr gespalten, weil die einen sagen, ja, wir sind doch eine Antikriegspartei und so, wir dürfen das nicht gut heißen, dass wir uns einmischen. Auf der anderen Seite, ey, Pazifismus kann aber auch bedeuten, dass man sich wehrt gegen Kriegstreiber. Ganz klar. Es ist super schwierig, es ist super schwierig. Ich habe ja trotzdem gesagt, am Ende muss man sich irgendwie diplomatisch an den Tisch setzen, sonst kann das gar nicht gelöst werden. Also ich sehe halt nur die beiden Auswählen, entweder komplett annihilieren, so, entweder Bombe drauf und Feierabend oder irgendwie an den Tisch setzen. Also wie dann das Ende aussieht, meine ich. Natürlich gibt es mittendrin Feuergefechte ohne Ende, aber wie wird es zu Ende gehen? Weißt du? Da gibt es einen großen Knall oder Diplomatie. Also was anderes sehe ich da gar nicht. Es wird eskalieren, glaube ich. Also ganz ehrlich, ich denke nicht, dass es irgendwie gut ausgehen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie in den nächsten Wochen irgendwie sich jetzt Wohlgefallen auflöst, dass Putin sagt, ja, ich habe halt verloren, sorry, ich gehe wieder zurück und lasse es halt. Das wäre ein Träumchen, glaube ich halt auch nicht. Aber vielleicht sind halt irgendwann auch die Ressourcen erschöpft. Es gab jetzt irgendwie so einen ganz neuen, advanceden Panzer und der wurde irgendwie innerhalb von wenigen Tagen auch komplett zerstört. Also es gab immer wieder so Meldungen jetzt, wie es richtig herbe Rückschläge gibt. Vielleicht sind halt irgendwann die Kapazitäten verbraucht und er sagte halt, ja, okay, wir haben gewonnen, aber ich gehe jetzt wieder heim, ich habe keine Lust mehr. Es hat schon einen Down, aber es kann halt schon sein, dass es echt einen Weltkrieg ausartet und dass auch Deutschland da irgendwie mitziehen muss. Dass auch du und ich eingezogen werden, Robin, das kann passieren. Einen Scheiß, da flüchte ich lieber, statt mir irgendwo einziehen zu lassen. Ja. Für irgendwelche fremden Interessen, die sollen alle mal ihren Arsch zumachen. Gut, was geht bei der Woche? Hast du gerade eine Fahnenflucht angekündigt, ja? Ja, habe ich. Bin stolz drauf. Das sind alles, das ist ein absolutes künstliches Konstrukt, für was ich dann irgendwie was machen sollte. Ja. Never, never. Ich komme mit. Ja, was geht bei der Woche? Also ich finde es schon ziemlich krass. Also ich finde es, diese Klimasache schon das Internet aufgewirbelt hat. Also ich bin mindestens bei acht. Ja. Also auch wenn das, auch wenn das wieder so USA News und so, aber dieses Abtreibungsding ist halt echt, also ein krasser Step in eine falsche Richtung. Und Krise kann geil sein. Krise kann so geil sein. Das geflügelte Wort sein, so für dieses Jahr. Ja. Also echt krass. Ich sage auch acht, auf jeden Fall. Ich würde nicht, vielleicht nicht höher gehen, aber acht finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja. Gut, dann machen wir das so. Ich muss übelst hart aufs Klo. Schon allein, weil es sich reimt. Und Kliman bekommt noch die Holzschnecke. Definitiv. Die hat er sich verdient, der Assi. Danke, Tino, dass du dich hier hingemüht hast, trotz deiner Erkrankung und schnelle Genesung wünsche ich dir. Ich danke für dich. Und alle anderen, die zuhören auch. Ich danke auch für die lieben Genesungswünsche. Ich habe echt einige Nachrichten auch von Hörerinnen bekommen und Hörern, dass sie mitbekommen haben, dass ich Corona habe und so mir geschrieben habe bei Instagram. Und auch du, Robin, das nette kleine Video. Vielen Dank. Ja. Süß. Und mein Trickshot. Da war ich selber erstaunt. Ich war beeindruckt, ja. Gut, dann. Die Musik ist so laut. Au. Ei, ei, ei. Die übertönt ja sogar die Kriegsgeräusche. Hammer. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass wir gar nicht persönlich uns getroffen haben. Ich bin jetzt in meine Wohnung gekommen. Ich habe ja natürlich zur Witzkorn aufgenommen. Okay. Tschüss.